All diesen Spinnern und Corona-Kritikern sei gesagt, es wird keine Normalität mehr geben wie vorher. Im Jahr 2020 scheint auf einmal das Gegenteil von dem zu gelten, was bisher gültig war, was sich bewährt hat, was normal, was selbstverständlich war. Und diese Umkehrung, diese Verdrehung, diese Revolution sozusagen, hat auf vier verschiedenen Ebenen stattgefunden. Auf der des Erkennens, auf der des Urteilens, auf der des Entscheidens und der des Handelns. Und all diese Umkehrungen führen zusammengenommen zu einer einzigen großen Umkehrung, einer totalen Verdrehung des natürlichen Zustands, des Normalen, der alten Normalität. Auf der Ebene des Erkennens, also was unser Denken, unser Fürwahrhalten, unser Wissen angeht, erleben wir die Umkehrung von der Normalität der Ungewissheit zu einer absoluten Gewissheit. Wir wissen, wir wissen, wie tödlich das Virus ist. Wir wussten es immer schon, außer in der Zeit, wo wir es nicht wussten, nein, wo wir sogar das Gegenteil wussten und diejenigen als populistische Verschwörungstheoretiker bezeichneten, die von einer tödlichen Gefahr sprachen. Nein, aber wir wussten es immer und wir wissen es auch jetzt. Wir wissen, dass Masken nutzen. Wir wissen, dass Lockdowns sinnvoll sind. Und wir wissen, dass nur die Impfung unser Ausweg sein wird. Die einzige Frage, die noch offen ist, ist die, wer die Spritze zuerst bekommt. Nichts darf mehr angezweifelt werden. Wer zweifelt, wer Bedenken anmeldet, ja, wer nur unsicher ist, ob der Verhältnismäßigkeit oder der Rechtmäßigkeit der Maßnahmen, der ist ein Leugner, sogar ein Wissenschaftsleugner. Wer nachfragt, wer in Frage stellt, der ist ein Wehrkraftzersetzer und Vaterlandsverräter. Es ist ja alles klar. Die Wissenschaft ist sich einig. Wir wissen ja, wir wussten immer schon. Und vormals renommierte Experten, die nun als Kritiker und Skeptiker auftreten, die sind dann nur Störenfriede, Wichtigtuer und Wirkköpfe. Wer ihnen zuhört, zuhören, wie erkläre ich das? Die Eltern unter euch erinnern sich vielleicht noch, das war früher mal ein Wert in einem erkenntnisoffenen Gespräch. Ja, aber wer heute zuhört, der läuft Rattenfängern hinterher. Wer sie gar einlädt, wer ihnen eine Bühne bietet, der macht sich der Verunsicherung schuldig, der Verwirrung dessen, was doch ganz klar und unbezweifelbar ist und immer sein wird. Hinterfragen gilt als moralisch verwerflich, gefährlich und verantwortungslos. Damit einher geht eine Form der Beweislastumkehr. Die Maßnahmen werden erst einmal verhängt und dann müssen interessierte Bürger beweisen, dass sie nichts bringen oder sogar schädlich sind. Und bis das der Beweis nicht erbracht ist, bis das der Beweis erbracht ist, gilt eben die Verordnung weiterhin. Das heißt, die absolute Gewissheit zugleich mit der Eindeutigkeit und Einseitigkeit hat die Skepsis und die Mehrdeutigkeit, die Komplexität und die natürliche Ambivalenz der Welt verdrängt. Auf der Ebene des Urteilens besteht die Umkehrung darin, dass wir uns nicht mehr als gesund betrachten, sondern als zumindest potenziell ansteckend oder gar krank. Wenn wir uns nicht krank fühlen, so könnten wir doch symptomlos erkrankt sein. Immerhin besteht ja die Möglichkeit, dass wir eigentlich schon krank und infektiös sind, es aber gar nicht wissen. Wir sind alle in der Rolle eines tagischen Helden, der schuldlos schuldig wird, leben, atmen wollen, heißt schuldig sein. Zugleich erleben wir so eine tragikomisch säkulare Wiederkehr der Erbsündenlehre. Es ist unsere Kondition humaine, dass wir im Stand der Sünde, also der Krankheit, leben. Früher war es Schicksal, eine ansteckende Krankheit zu bekommen. Heute ist es eine permanent von allen gegen alle ausgeführte Körperverletzung. Normal ist es, eine Maske zu tragen, frei atmen zu können, ist die Ausnahme. Wir leben in einem neuen Naturzustand, als Kriegszustand. Die Ansteckung eines jeden durch jeden. Und neben der Umkehrung der Verantwortung, ja, nicht mehr der Einzelne ist jetzt für seine Gesundheit verantwortlich und für die seine Nächsten, sondern der Staat. Nicht mehr der Einzelne muss sich schonen und schützen, wenn er krank ist oder zur Risikogruppe gehört, sondern alle anderen müssen ihn schützen. Die ganze Gesellschaft muss erst stillgelegt werden und dann umgekrempelt werden, damit der Einzelne geschützt ist. Auf einmal soll der Einzelne einen moralischen Anspruch darauf haben, nicht von anderen angesteckt zu werden. Ja, was die anderen ja allerdings kaum je bewerkstelligen können. Aber neben dieser Umkehrung der Verantwortung geschieht eben auch eine Umkehrung in der Bewertung unserer Selbst und des Mitmenschen. Wir sind nicht mehr ganze Menschen, im Sinne des Humanismus vielleicht, mit vielfältigen, einander widersprechenden Bedürfnissen, Wünschen, Neigungen, Werten und einer nicht antastbaren Würde. Wir sind nur noch Träger von Viren, Krankheitsüberträger, Infektionsherde, potenzielle Superspreader, eine Gefahr. Wir betrachten uns nicht mehr als Homo sapiens, sondern als Homo contaminants. Der Kölner Philosoph Matthias Burchardt hat dieses neue Menschenbild, den Homo hygienicus genannt. Schockbilder, Todesdrohungen und Kurvendiagramme führen den Homo hygienicus zu erwünschtem Verhalten. Immaterielle Werte wie Nähe und Menschlichkeit hingegen werden über Bord geworfen. Eine Neugeburt mit dramatischen Folgen für unsere Gesellschaft. Kontrolle und Steuerung widersprechen. Kontrolle und Steuerung widersprechen dem Geist der humanistisch-aufklärerischen Demokratien. Die Körperlosigkeit und Enträumlichung des sozialen Lebens missachten die leibliche Existenz des Menschen und seine Angewiesenheit auf Nähe und Berührung. Als Homo hygienicus sind wir nicht gesund, sondern wir sind per Default-Einstellung erst mal krank. Wir müssen unsere Nicht-Krankheit erst mal nachweisen, mit Temperaturkontrollen und Tests, damit wir überhaupt teilnehmen dürfen am gesellschaftlichen Leben. Und wir sind in diesem Menschenbild überhaupt niemals ganz gesund, sondern eben im besten Falle nur nicht krank oder noch nicht krank. Wir sind vorläufig testnegativ. Und dieser Status bestimmt unsere ganze Identität. Immer noch besser als zu den symptomlos Erkrankten gehören zu müssen. Der negative Test, der ist so etwas wie eine Einlasskontrolle und eine Zugangsberechtigung für notwendige Bereiche unseres Lebens geworden. Und später wird es dann der Impfstatus sein. Ja, eine Zugangsberechtigung, die allerdings jederzeit wieder entzogen werden kann. Dann fallen wir zurück in den Zustand der Sündhaftigkeit und der Krankheit. Krankheit ist das New Normal geworden. Am besten wäre es, wir täten alle so, als wären wir infiziert und wollten andere vor Ansteckung schützen, hat der umstrittene Virologe Christian Drosten Ende Oktober 2020 gesagt. Zugleich lasse sich der Spieß umdrehen, sagt Drosten, indem man so tue, als sei der andere infiziert und wir wollten uns selbst schützen. Daraus ergibt sich unser Verhalten. Und Georg Restley formuliert es so, handle stets so, als seist du Corona-positiv und als gehöre dein Gegenüber einer Risikogruppe an. Das ist der pandemische Imperativ. Was der Bonner Philosoph Markus Gabriel noch im Frühjahr kritisch den virologischen Imperativ nannte, also die Verengung unserer Sichtweise auf das, was das Virus will, was es erfordert und befiehlt, deutet Restley hier ganz affirmativ und naiv in einen pandemischen Imperativ um. Entscheidend ist, was das Virus will. Und das ist nun die große Umkehrung im Bereich der Entscheidung. Nicht mehr der Mensch, die Gesellschaft, das Volk, das Gemeinwesen entscheidet in dieser Demokratie über die Belange des Gemeinwesens, sondern ein anonymes Virus, eine Krankheit, eine Epidemie. Oder auch, ganz im Sinne der Technokratie, das, was die Technik ermöglicht oder verlangt. Herr Drosten drückt es so aus. Dieses Virus erzwingt bei einer bestimmten Fallzahl einfach einen Lockdown. Das Virus entscheidet über den Lockdown, über die Maßnahmen. Nicht wir, die Politiker, und schon gar nicht ihr, das Volk. Auch die Technik entscheidet. Hier zum Beispiel die Technik des Impfens. Es ist nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich in allen Ländern, in allen Industrieländern so, dass man auf einen Impfstoff setzen muss. Man hat gar keine andere Wahl. Es wird manchmal in der Öffentlichkeit suggeriert, na ja, ob die Impfstoffe überhaupt irgendwann funktionieren, das weiß doch kein Mensch. Und wir müssen das anders lösen. Man muss eben mit dem Virus leben lernen. Aber das ist kompletter Unsinn, solange man dahinter keine quantitativen Vorstellungen hat. Die Sachgesetzlichkeit, der Sachzwang der Bedrohungslage, aber auch der der technischen Mittel, mit denen wir ihr begegnen können, Masken, Lockdowns, Tracing-Apps, Drohnen, digitale Identitätsnachweise, Impfungen, das ist jetzt die Legitimierungsgrundlage für die Entscheidungen der Regierung. Die moderne Technik bedarf keiner weiteren Legitimität. Mit ihr herrscht man, weil sie funktioniert, schrieb Helmut Schelsky 1965. Hier herrscht gar niemand mehr, sondern hier läuft eine Apparatur, die sachgemäß bedient sein will. Politiker, auch die Wissenschaftler und Experten, sind nur Bediener dieser Apparatur. Alle sitzen an den Hebeln einer Maschine, die ihnen ihren Willen, ihren Mechanismus aufzwingt. Der technische Staat entzieht, ohne antidemokratisch zu sein, der Demokratie ihre Substanz. Und so wird auch die Corona-Warn-App verpflichtend. Die Akzeptanz der Corona-Warn-App ist, glaube ich, deutlich gesunken. Und sie bleibt auf jeden Fall unter ihren Möglichkeiten. Ich kann für die CDU-Fraktion sagen, und bin auch froh, dass da im Antrag dazu was drinsteht, dass wir das evaluieren müssen, dass wir nochmal appellieren müssen, dass alle Menschen diese Corona-Warn-App nicht nur runterladen, sondern auch nutzen. Das heißt auch kontrollieren, was sie an Begegnungen haben. Und notfalls eben auch reagieren, wenn es erforderlich ist. Aber ich glaube, dass das auch nicht reichen wird. Ich kann nur für die CDU-Fraktion erklären, wir glauben, dass wir die Corona-Warn-App weiterentwickeln müssen. Sie muss verpflichtend werden für alle, die ein entsprechendes Endgerät haben. Wir verpflichten die Menschen, ihren Führerschein bei sich zu führen und ihren Personalausweis immer bei sich zu haben und die Brille zu tragen, wenn im Führerschein ein Stempel ist, dass sie eine Brille brauchen. Also wir verpflichten sie zu ganz viel Mitführen von staatlichen Papieren und Unterlagen. Und ich finde, wir können sie auch Bußgeld bewährt dazu verpflichten, sich die Corona-Warn-App runterzuladen. Meine Damen und Herren, es muss zur Pflicht werden, diese App zu nutzen. Und wir müssen auch sicherstellen, dass wir über die Warn-App in Zukunft die Kontaktnachverfolgung digital ermöglichen können. Es ist doch ziemlich unvorstellbar, dass wir händisch das nachvollziehen müssen, was wir eigentlich elektronisch bereits erfasst haben. Und deswegen sage ich, auch da ist mein Appell, lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass die Corona-Warn-App nicht nur den Betroffenen einen Schutz bietet, sondern dass sie uns als Staat auch die Möglichkeit der zügigen Rückverfolgung von entsprechenden Maßnahmen, von entsprechenden Kontakten gibt. Was erst freiwillig war, wird dann zur Zulassungsvoraussetzung. Die App wird zur notwendigen Bedingung der Möglichkeit einer Teilhabe am öffentlichen Leben werden. Und somit auch verpflichtend oder dann direkt staatlich befohlen. Nicht, weil wir, die Politiker, das wollen. Die Entscheidung liegt ja nicht bei uns. Es ist das Virus und die Technik, die das im Zusammenspiel quasi unhinterfragbar verlangen. Und mit diesem unhinterfragbaren Verlangen geht auf der Ebene des Handelns schließlich die Umkehrung von Bitten und Gewähren einher. Bisher war es so, zumindest hätte es so sein sollen, jetzt rein in der modernen Staatstheorie, dass der Bürger vor Übergriffen des Staates, das Leviathan, geschützt ist, durch die Gewaltenteilung, das Parlament, die Grundrechte, als Abwehrrechte gegen die Eingriffe des Leviathan in die Freiheit und Selbstbestimmung des Menschen. Der Bereich des Privaten von Privare entziehen, nämlich das eigene, dem gierigen Zugriff des Herrschers entziehen, sollte so groß wie möglich sein und die Macht des Herrschers nicht größer als nötig. Wenn die Regierung nun Freiheit und Grundrechte einschränken will, dann ist sie verpflichtet, das als klare Ausnahme von der Normalität zu definieren. Der Staat muss uns darum bitten, er muss begründen und er muss deutlich befristen. Wir hingegen müssen abwägen, skeptisch sein, uns bitten lassen. Und wenn es gut begründet ist, vielleicht gewähren. Wir müssen uns zieren, nicht bereitwillig einfangen lassen und in den Stall laufen, als hätten wir unser ganzes Leben auf nichts anderes gewartet. Im Jahr 2020 aber ist dieses Verhältnis umgekehrt. Der Staat fragt nicht lang, er handelt, er stellt vor vollendete Tatsachen, er verhängt, er handelt, wir erleiden. Er bestimmt und fordert, wir bitten und betteln. Wir flehen um ein bisschen mehr Freiheit oder nur bessere Kommunikation wenigstens. Wir betteln um unsere Grundrechte und wo sie eingeschränkt sind, ertragen wir, erdulden wir, machen wir schicksalsergeben gute Miene zum bösen Spiel, leiden passiv und verzweifeln. Was soll man schon groß tun? Die Übermacht des invasiven und entschieden handelnden Staates stellt sich auf unserer Seite als drückende Ohnmacht dar. Und nicht nur das, einige von uns führen sogar breitwillig aus. Sie akzeptieren unkritisch, sie machen stolz und in vorauseilendem Gehorsam mit, gucken weg und sind opferbereit wie seit 80 Jahren, nicht? Vor allem, wenn es nicht die eigenen Opfer sind, die man erbringen muss. Vier Umkehrungen also, die das Jahr 2020 mit sich gebracht hat. Beim Erkennen von Ungewissheit und Zweifel zu Unhinterfragbarkeit, beim Urteilen von gesunden Menschen zum potenziell schon immer Kranken, beim Entscheiden von Volkssouveränität zum Sachzwang und beim Handeln vom heilig gehaltenen Abwehrrecht des Einzelnen zur Selbstgewissheit einer maximal invasiven Macht. Der Grund für diese Prozesse dürfte in der Logik des politischen Handelns selber liegen. Wer handeln will, wer zum Handeln drängen will, wer vor allem andere zum Handeln bringen will oder zumindest darauf aus ist, dass sie das eigene Handeln akzeptieren, der braucht Sicherheit in der Entscheidung. Unsicherheit, ein zögerndes Schwanken, das kommt nicht gut an, das lässt sich nicht gut verkaufen. Wer nun sicher entscheiden will, der muss eben klar urteilen können oder zumindest so tun, als könnte er es. Da stört natürlich eine vorsichtige Urteilsbildung, ein Abwägen und Differenzieren nur. Und wer nun ein klares Urteil will, der muss vor allem erkennen, was Sache ist. Und das stört Ungewissheit natürlich nur. Erkennen kann man aber am besten, wenn man Dinge ausblendet, die dieser Erkenntnis widersprechen würden. Die Abschaffung des Zweifels beim Erkennen und beim Wissen bereitet dann die Abschaffung der Urteilsenthaltung, der Ambivalenz in der Bewertung, der Ambiguitätstoleranz, der Differenzierung vor. Und diese wiederum bereitet die Abschaffung der Unsicherheit vor, die die notwendige Voraussetzung für entschiedenes Handeln ist. Es sei denn, man heißt Malu Dreyer, die erklärt das entschiedene Handeln sogar aus der Ungewissheit heraus. In drei von vier Fällen wissen wir momentan nicht, wo sich die Menschen mit dem Coronavirus infiziert haben. Deswegen schließen wir ja auch die Restaurants, Bars, Hotels und Kinos, weil wir es nicht wissen. Neschio ergo facchio. Ich weiß nicht, also handle ich. Was soll schon groß schief gehen? Wir müssen handeln und zwar jetzt, hat Angela Merkel Ende Oktober 2020 verkündet. Zu allem Handeln aber gehört Vergessen, hat Friedrich Nietzsche schon 1874 geschrieben. Zum Handeln der Politik gehört eben jetzt das Vergessen. Ja, gegen Stimmen, gegen Sichte, gegen Werte, gegen Meinungen, gegen Argumente. Ein Vergessen, das eigentlich ein willentliches Verdrängen ist. Das sind freilich keine allzu neuartigen Entwicklungen, das hat nicht erst im Jahr 2020 begonnen, aber es ist doch nun sehr sichtbar geworden wie unter einer Lupe. Und diese vier Umkehrungen des Jahres 2020 münden in eine große Umkehrung der alten Normalität, in eine neue, vor die wir nun alle gestellt sind. Und das in einer nie dagewesenen Geschwindlichkeit. Der natürliche Zustand dieser neuen Normalität wird der der Einschränkung sein, des Aussetzens von Grundrechten, legitimiert von Notstands- und Infektionsschutzgesetz. Der Normalfall wird der Ausnahmezustand sein. Denn Corona ist ja kein Einzelfall. Corona ist alles andere als einmalig. Corona wird nicht bald vorbei sein, versichert man uns. Wir werden mit Corona leben müssen. Nach Corona ist mit Corona. Und was heißt das anderes als mit der alten Normalität einer freien Gesellschaft? Ist es aus und vorbei? Der Lockdown wird das New Normal sein und die Freiheit der Ausnahmezustand. Vielleicht in den Monaten Mai bis August, ja, wenn die Infektionszahlen niedrig sind. Dann bekommt ihr ein bisschen Freigang. Die neue Normalität wird eine sein, in der wir erst draußen keine Maske tragen müssen, wenn der R-Wert unter X ist oder die Kurve flach ist, in der wir einander erst umarmen, wenn das Testergebnis da ist und man eben über ein halbwegs geselliges Bersammensein erst nachdenken kann, wenn die Impfung da ist und so weiter. Immer alles an Bedingungen geknüpft, ein Zurück zur alten Normalität, aber wird es nicht geben. Die Zeit nach Corona ist eine Zeit mit Corona, in der es jetzt bereits absehbar definitiv mit der alten Normalität außen vorbei ist. Ein für allemal. Verkündet die Macht oder habt ihr etwas dagegen? Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017